Wir fahren jetzt und ich gebe jetzt wieder an den nächsten Möglichkeiten ab. Los Kids! Wir kommen dann zu unserem ersten Dichselpunkt für den Fahrzeugwechsel. Das heißt also, das Team aus dem E500 wird das Fahrzeug verlassen und ganz nach hinten in die weiße E-Klasse steigen. Und ab weiße E-Klasse können wir so immer ein Auto vorwechseln und kommen dann halt auch zur E-Klasse 500. Das ist ein Lala, oder? Das geht ab. Das hat Spaß gemacht. Ja? Ja. Ich glaube, ich brauche auch so ein Auto.